Lesen bedeutet bei mir auf jeden Fall Unterhaltung, lesen macht Spaß und beim Lesen lernt man sehr viel über das Schreiben. Weil ich nicht anders kann. Also es steckt in mir drin und es muss raus. Und wenn ich dann mal ein Buch fertig habe und mir vornehme, jetzt nehme ich mir mal einen Monat frei, nach zwei Wochen juckt es wieder in den Fingern und ich muss einfach schreiben. Es geht nicht anders. Es ist eine Krankheit. Bis jetzt so gut wie gar keine. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr spannend jetzt. Also für mich ist das alles super spannend, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe und mich einfach jetzt mal auf das Abenteuer E-Book einlasse. Sehr gerne.